A-I-W-I-A-E-I-A-Eği Hey Leute, lasst einen Daumen hoch da auf das Video, ja? BHA-SHIU! Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire, meine Freunde. Und herzlich willkommen hier zurück im Lager der Drachentöter. Ja meine Freunde, was soll ich sagen? Ich war jetzt eine lange Zeit weg, habe viele Reisen unternommen, habe mich anderweitig umgeschaut, bin in Minecraft Pyro aktiv geworden, meine Freunde. Und trotzdem möchte ich euch hiermit sagen, meine Freunde, Minecraft Empire wird wie geplant weitergehen. Ich weiß, dass Minecraft Empire ultra vielen Leuten Spaß macht, das anzusehen, die Streams mögen und dementsprechend werde ich Minecraft Empire einfach nicht beenden, meine Freunde. Es wird sich ein wenig mit Pyro abwechseln, ich nehme an, klar wird es irgendwie weniger werden von den Folgen her, weil Pyro mir auch super viel Spaß macht. Aber, meine Freunde, Empire wird immer noch mein Number One Streaming-Projekt und auch Streams zusammenfassend und auch Folgenprojekt werden, meine Freunde. Also ich werde es einfach ein bisschen mit Pyro abwechseln. Morgen kommt auf jeden Fall wieder eine Folge Empire, ich denke mal dann übermorgen wahrscheinlich nicht, weil ich da dann ein wenig Pyro vorproduzieren werde. Denn bis zum Sonntag gibt es dann wahrscheinlich wieder Pyro, ich denke mal, ich werde es einfach so ein bisschen abwechseln, meine Freunde. Denn wir haben hier bei Empire auch noch echt einige richtig, richtig fette Sachen geplant, Leute, die ihr wahrscheinlich gar nicht für möglich haltet. Oh nein, bitte nicht, oh Gott, oh Gott, es war so close, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das für ein Bogen? Akaian Infinity? Was? Lol, Leute, okay, meine Rüstung ist im Down, aber wir haben, wir müssen, ich muss auf jeden Fall die Rüstung wieder reparieren, ganz klar. Aber ich muss auf jeden Fall den Bogen hier zusammen craften. Wie nice ist es bitte, was haben wir da vorne? Ein Mantico auf einem Skelett, äh, ein Skelett auf einem Mantico. Alles klar, okay, meine Freunde. Wie gesagt, also macht euch keine Sorgen, Minecraft Empire wird weitergehen und Minecraft Empire wird auf jeden Fall weiter auch geslimmt werden. Ich habe in der Zwischenzeit Folgendes gemacht, meine Freunde, und zwar bin ich hingegangen und habe mir ein Schweinegehege angelegt. Ihr wisst gar nicht, wie unglaublich aufwendig es war, diese scheiß Schweine zusammenzufarmen. Gott, da oben ist schon wieder der scheiß Creeper, der verreckende Kölle, amenakui, geht drauf, Brudi. So, jetzt müssen wir vorne einmal gucken, was wir hier haben. Was ist das hier? Okay, das ist relativ easy, mhm. Äh, ich glaube, ich sollte hier mal ausleuchten. Wie gesagt, meine Freunde, ihr seht es gerade, ich habe ein Schweinegehege angelegt. Ich war ja im Wochenende in Lissabon und habe da, äh, offscreen ein wenig, ähm, ja, ein Schweinegehege angelegt. Es sind jetzt nicht so viele Schweine, ich habe aber noch irgendwo Carrots. Muss man ganz was gucken. Und ich bin hingegangen, meine Freunde, habe den Drachen gefüttert. Der Drache ist jetzt ultra, ultra groß schon geworden. Ich habe von den Schweinen, äh, leider Gottes, sehr viele töten müssen, damit ihr das Fleisch für das, äh, Dragon Meal habt. Aber, meine Freunde, ähm, ich werde euch jetzt gleich nochmal erzählen, was es mit dem Drachen bei den Drachenjägern auf sich hat. Weil viele haben gesagt, du Revi, das ist super unlogisch, dass die Drachenjäger einen Drachen da haben, äh, Pipapo, blay, 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 blay. Das stimmt so nicht, meine Freunde. Denn wir Drachenjäger sind Leute, die, äh, auf jeden Fall die Drachen noch irgendwie als Wesen verstehen möchten. Wir möchten sie nicht nur bekämpfen und ich möchte auf jeden Fall herausfinden, ob es sogar möglich ist, als Drachenjäger, eventuell als Dragonborn, so wie man es ja sogar nennt, einen Drachen zu zähmen. Und dementsprechend, meine Freunde, da habe ich, äh, unseren kleinen Drachen da unten noch ein bisschen weiter, äh, ja, wie soll ich sagen, aufgelevelt. Ich glaube, gefüttert einfach mal. Und ich könnte euch den mal ganz kurz anschauen. Schaut ihn euch mal an, meine Freunde. Er ist auf jeden Fall ordentlichst gewachsen. Ihr seht das hier. Ich glaube, wenn wir jetzt gleich noch ein paar Schweine töten, könnte es sogar vielleicht reichen, dass wir ihn auf die letzte Stufe bekommen. Keine Ahnung. Ähm, und dann können wir eventuell schon anfangen, die Drachen zu reiten und eventuell dann damit losgehen und, ähm, ja, Dinge erledigen, die noch erledigt werden müssen. Ich meine, es gibt ja noch, äh, diese ganzen Städte-Geschichten hier. Es gibt ja angeblich noch diese riesige Stadt, um die wir uns kümmern müssen. Es gibt ja noch so viele Sachen, die irgendwie noch geklärt werden müssen. Ähm, und ich denke mal, allein deshalb, meine Freunde, werde ich und kann ich Empire nicht beenden, weil es noch so viel hier zu tun gibt für uns, dass wir das Projekt jetzt nicht einfach einstellen dürfen. Die anderen haben auf jeden Fall auch noch Bock. Es gab gestern eine große Besprechung zum Roleplay und so weiter und so fort. Also es wird auf jeden Fall noch krass werden, meine Freunde. Für die Pyro-Fates unter euch, macht euch keine Sorgen. Ich versuche sogar, wenn es mich nicht komplett killt, weil ich gerade wieder in einem unglaublichen Vorproduktionsmarathon bin, ähm, Pyro ein wenig vorzuproduzieren. Und, ähm, die Pyro-Folgen dann auch eventuell als zweite Folge abzuliefern, Daily. Ich weiß es aber noch nicht genau. Da müssen wir einfach mal gucken, meine Freunde, wie mir das zeitlich reinpasst. Ich habe im Moment echt eine Menge zu tun, weil ich noch am Wochenende auf einem Festival bin. Und, ja, ich war jetzt auch im Urlaub. Ich weiß, bin ein fauler Buster, meine Freunde. Das muss auch mal sein. Und es gibt noch sehr viele andere Termine, die im Moment noch zu kommenden Projekten anstehen. Dazu möchte ich und kann ich aber noch nicht mehr sagen. Aber ich habe im Moment sehr viel Zeit in ein, ähm, ganz anderes Projekt gesteckt, was wahrscheinlich niemand erwartet, außer den Leuten, denen ich es schon gezeigt habe. Und die es alle sehr cool finden. Tatl hat sogar auch gesagt, dass es ihm gefällt. Aber, was das alles ist, meine Freunde, das erzähle ich euch irgendwann anders. Ähm, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt hier erstmal um das, was hier passiert ist. Und, äh, bauen ein wenig an unserer Basis rum. Wir könnten auch theoretisch eigentlich mal hingehen und versuchen, wisst ihr was? Ich versuche jetzt mal ganz kurz einen Sattel zu craften, wie man denn so einen Drachen dann eventuell reiten kann. Weil es muss ja irgendwie die Möglichkeit geben, so eine Drachenrüstung zu erstellen. Warte mal. Blood Alchemy, Dragon Eggs, Fire Dragon, Ice Eggs. Nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ähm, wo haben wir das denn? Fire Dragon Eggs, das haben wir gerade herausgefunden. Ice Dragon Eggs, die müssen im Wasser liegen. Genau, dann haben wir hier das hier. Das sind die ganzen Materialien. Die Villager haben wir immer noch nicht gefunden. Keine Ahnung. Fire Dragon Eggs. Da muss doch irgendwo etwas stehen. Okay, wie mache ich das? Armor for Dragons can also be crafted. It's most commonly made of iron, gold and diamond. Dragon Armor is made for the same shape of normal armor. Äh, except, äh, it uses, äh, blocks instead of ingots. Ja, Heide Witzker, meine Freunde. Alles klar, okay, gut. Dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt einfach mal eine, äh, Drachenrüstung zu bekommen. Und versuchen den Drachen dann, ähm, das Ding mal anzuziehen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert und ob wir den Drachen dann tatsächlich reiten können. Vor allem bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt genügend Eisen haben. Äh, ich glaube fast nicht. Ich glaube, wir haben tatsächlich nur genügend Gold für eine Drachenrüstung. Dann machen wir einfach eine goldene Drachenrüstung. Wisst ihr was, meine Freunde? Man muss auch mal Jönne kennen. Man muss auch mal ein bisschen protzen. Und dann machen wir das einfach mal. So, ich bin mal gespannt, wie das Ding dann aussieht und ob das auch unserem Drachen tatsächlich passt. Ähm, müsste ja dann so aussehen, oder? Wie eine normale Rüstung, hat er gesagt. Aber dann doch nicht, oder wie? Except it uses blocks instead of ingots. In the same shape of normal armor. Drachen armor is made of gold iron. Hm, okay. Warum geht das jetzt nicht? Ich weiß nicht. Das müsste ja dann, das müsste ja dann zum Beispiel hier, das hier sollte ja dann, also theoretisch müsste das ja dann einen Helm ergeben. So. So irgendwie. Aber irgendwie scheinen die Rezepte nicht zu funktionieren. Okay, meine Freunde, das schaue ich mir dann später nochmal an. Da muss ich mich dann wohl nochmal informieren. Keine Ahnung. Ich schmelze auf jeden Fall mal das ganze Eisen. Vielleicht geht es ja mit Eisen irgendwie. Vielleicht können wir es mal mit Eisen mal wenigstens versuchen. Das könnte natürlich sein, dass Gold auch gar nicht funktioniert. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ähm, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir dem Drachen jetzt einen Namen geben. Ich habe die Namensvorschläge, muss ich ehrlich sein, Leute, noch nicht gecheckt. Ähm, aber wie gesagt, macht euch bitte keine Sorgen. Empire wird auf jeden Fall weitergehen. Für die Leute, die sich das fragen, äh, Rebe, wo hast denn die Karotten her? Die habe ich dreisterweise bei jemandem aus der Hauptstadt geklaut, Leute. Ihr seht das hier, wir haben ja auch ein Karottenfeld, also alles tutti. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal runter und füttern den Drachen ein bisschen. Ich kille da vorne jetzt im Leidwesen, ähm, der Edgariano noch ein paar Schweine. Und dann werden wir runtergehen und den Drachen füttern, damit er groß, stark und mächtig wird, meine Freunde. Dann fasst mal auf, es tut mir wirklich leid, Leute. Ich will das nicht, aber es müssen einfach einzelne Schweine hier sterben, Leute. Es müssen einfach einzelne Schweine wieder sterben. Es tut mir leid, ihr seid ja schon gewöhnt. Ich muss euch alle nachher nahe hinrichten, meine Freunde, für den Drachen. Es ist wirklich wichtig, dass die Drachennäger auf jeden Fall auch ihre Forschung hier weiter treiben. Ich bin echt mal gespannt, meine Freunde, ob wir in der Lage sind, diesen Drachen zu beherrschen, beziehungsweise zu fliegen. Das wäre natürlich ultra geil. Stell dir mal vor, wir fliegen einfach mit einem Drachen in die Schlacht gegen diese seltsame NPC-Stadt oder was auch immer das da ist. Das wird auf jeden Fall alles echt noch relativ spannend hier werden, meine Freunde. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall bei Empire geschmeidig am Start. Es geht echt noch brisant und geil weiter. So, ähm, pass mal auf, wenn ich jetzt noch ein Fleisch hätte, dann wäre ich sehr zufrieden. Da sind noch zwei, das ist perfekt. Dann habe ich nämlich hier genug. Mussten wieder eine Menge Schweine dran glauben. Es tut mir leid, meine Freunde, es tut mir leid, aber es ist alles für den Drachen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass unser Drache hier auf jeden Fall weiterhin wächst. Boah, ihr glaubt gar nicht, wie warm es hier gerade in meinem Zimmer ist, meine Freunde. Ich bin hier gerade wieder im Ufo, naja, ihr seht das. Und es ist einfach 20 Milliarden Tausend Grad warm. Du stirbst auch, du läufst draußen rum, kriegst auch Schnauze. Also die Schweine sind ja, wie ihr gerade gesehen habt, laufen hier relativ offen rum. Dementsprechend war das jetzt nicht so stressig für mich. Ähm, aber ja, jetzt geht es erstmal darum, den Drachen zu füttern. Ich bin gespannt, äh, bis zu welcher Stufe ich den überhaupt füttern kann. Wie groß der überhaupt werden kann. Bis dato hat er mich da sich noch nicht angegriffen. Ich war auch, seitdem ich ihn das letzte Mal gefüttert habe in Lissabon, in Portugal, nicht mehr unten. Und hab mich um ihn gekümmert. Ich bin jetzt mal gespannt, ob er mich jetzt in Ruhe lässt, beziehungsweise sogar vielleicht wiedererkennt. Und mich an ihn ranlässt oder eventuell mir sogar wehtut. Das weiß ich natürlich nicht. Falls ja, dann haben wir nämlich jetzt hier die kleine Arschkarte gezogen. Weil ich möchte dieses hier ungern töten müssen, meine Freunde. Wie gesagt, wir Drachenjäger, ähm, versuchen da ein wenig unsere Philosophie zu ändern. Und versuchen da auf jeden Fall ein bisschen Verständnis für diese Geschöpfe zu erlangen. Und versuchen vor allem die Geschöpfe jetzt irgendwie, wenn möglich, ja. Wenn möglich, für unseren Nutzen irgendwie einzusetzen. Sprich, wir haben ja hier noch sehr, sehr viele Feine, sehr, sehr viele Gefahren, die auf uns lauern. Und ich glaube, da ist es gar nicht verkehrt, einen Drachen zu haben. So, ich glaube, er schläft gerade. Da gibt es die Frage, kann ich dich füttern, wenn du schläfst, Schätzelein? Komm mal her, lässt du mich in Ruhe? Schaut ihn euch an, meine Freunde. So eine majestätische Kreatur. Ja, er wächst. Und wie er wächst, meine Freunde. Schaut euch das an, wie groß er ist. Schaut euch an, wie groß er ist. Kann ich schon auf ihm sitzen? Ich möchte irgendwie, kann man, kann man nicht irgendwie, kann ich auf ihn sitzen? Nein, als ob. Ich sitze auf dem Drachen, Leute. Ich sitze auf dem, oh mein Gott, ich sitze auf dem Drachen. Schaut euch das an, meine Freunde. Der Drache hat mich akzeptiert. Der Drache hat mich, aber er kann noch nicht fliegen. Er kann noch nicht fliegen, okay. Das heißt, wenn ich jetzt hoch, er kann noch nicht fliegen. Aber ich kann, alter Schwede. Leute, Leute, wir reiten gerade einen Drachen. Ist das, ist das wahr? Wie komme ich hier runter? Ich möchte hier runter. Hallo. Hallo, Drache. Ich will hier, hallo. Ich würde hier gerne. Wie komme ich jetzt, Leute, ich komme nicht vor dem Drachen. Hallo. Ich komme hier nicht runter. Hallo. Hallo. Leute, ich komme nicht von dem Drachen runter. Ich komme nicht von dem Drachen runter. Kein Scheiß, ich kann nicht. Ähm. Äh. Kann ich denn irgendwie, vielleicht muss ich ihn mit dem Horn einsaugen? Geht das irgendwie? Äh. Ähm. Ja. Nice. Äh, Leute. Ich glaube, da müssen wir uns dann nochmal drum kümmern. Keine Ahnung. Lol. Der hat hier oben alles kaputt gemacht direkt. Oh mein Gott. Wie das denn, Alter? Oh mein Gott. Okay, Leute. Dieses Tier ist auf jeden Fall echt hart gefährlich. Ich glaube, der hat hier die Blöcke. Der macht sogar die Blöcke kaputt. Schaut euch das an, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier gerade ein riesiges Loch. Keine Ahnung, wo das herkommt. Leute, äh, egal. Ich kümmere mich dann in der nächsten Folge drum. Das war es von dieser Folge Minecraft Empire. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bleibt auf jeden Fall am Start. Morgen um 19.30 Uhr gibt es wieder einen Stream. Und dann gibt es auch morgen nochmal eine wunderschöne Folge von Minecraft Empire, wo wir dann vielleicht den Drachen zur ersten Flugstunde begleiten. Macht's gut. Haut da rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Ciao, ciao. Tschüss.